Patrick Gehring, jetzt hat er heute 55 Schüsse abgeführt und noch einmal ein Goal gemacht. Ist das nicht ein wenig? Ja, eindeutig. Ich glaube, unsere Schasse auswertig war sicher nicht so gut. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo die gegnerische Goal in einem Spiel 98,2% Safequote hat. Aber eben, ein Kompliment an ihn und auch die Hintermannschaft, sie haben uns das Leben schon schwer gemacht. Es sind zwar viele Abpraller vor dem Goal gelegen, aber wir haben es nicht fertig gebracht, um das zu machen. Aber das müssen wir eindeutig verbessern. Am Schluss sind wahrscheinlich die drei Punkte wahrscheinlich das Wichtigste. Könnt ihr jetzt noch etwas durchatmen im Strichkampf? Ja, durchatmen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, es waren unglaublich wichtige drei Punkte. Vor zwei Tagen in Davos hatten wir schon die Chance, ein 6-Punkte-Spiel für uns zu entscheiden. Wir haben es nicht gemacht, haben gewusst, heute muss ein Sieg erneut. Ich sage immer, ein Goal mehr Schüsse als der Gegner und das haben wir heute so minimalistisch wie möglich gemacht.